Das ist Sabrina Powell und das ist Steve Crawford. Wir haben auch unser neues Album geschrieben. Wir haben das Album über sechs Tage in Bonn bei der Hansehaus-Studios geschrieben. Wir haben diesen Tag mit Manni Smarsli. Auf unserem neuen Album haben wir ein paar Gastmusiker. Mit dabei ist Conor Mallon aus Armagh aus Irland. Der spielt Ellen Pipes und Lois. Dann haben wir dabei Paul Bremen an der Bratsche aus Köln. Und Robby Walsh und der Boran aus Rabelais. Für den Mixing und Mastering haben wir Jörg Lutreitz wieder benutzt. Das war unser erstes CD. Und das Kunstwerk war wieder. Wir haben das Kunstwerk für unser erstes CD. Der sehr talentante Nore Van Rijn. Ich habe in einer alten schottischen Notensammlung ein Stück gefunden. Das ist mir aufgefallen. Der Titel war The Last is Fashion. Und das klingt total modern. Also man würde denken, wenn man es hört, dass es modern komponiert ist. Aber eigentlich ist es ungefähr 150 Jahre alt. Das fand ich sehr spannend. Die Musik hat sich verändert. In den wenigen Jahren wir spielen haben, unsere Arrangements sind vielleicht etwas mehr Intricate als sie waren, als wir erst angefangen haben. Wir haben den Vorteil von der Erfahrung wir haben, mit den letzten Jahren gearbeitet. Eine interessante Sache war ein Robert Byrne song, »A Parcel of Rogues and a Nation«. Wir singen über die Union zwischen Scotland und England in den 18th century. Aber die Lyrics könnten wahrscheinlich sehr gut apply sein zu Brexit. Wir finden das sehr interessant. »Fareweal to all our Scottish fame« »Fareweal to the Ocean« »Fareweal to all our ancient glory« kommenden Konzerte. Auch nach so vielen Jahren macht es immer noch total viel Spaß zusammen zu spielen und ich freue mich jedes Mal, wenn wir losfahren, auf Tour gehen und unsere neue Musik dann auch spielen können. All I saw was a rise and fall of the tides and the sky per flow. All I saw was a rise and fall of the tides and the sky per flow.